Die Frau Tierlbeck, ja, du kennst ja die Frau Tierlbeck, das ist ihr, der Frau haben sie alles raus operiert, also die ist irgendwie wegen, ich weiß nicht, was die gehabt hat, dann hat sie herausgestellt, das war die falsche Person, irgendwie, wie es passiert, wurde man verwechselt, werden ja auch Kinder verwechselt im Krankenhaus, dann haben sie ja alles raus, die haben ja einen Darm raus, die haben ja Galle raus, die haben ja, ich weiß nicht, Leber, alles was der Mensch drin hat, die haben gar nicht, die hat keine Innereien mehr drin, Magen, alles heraus, und jetzt hat sie sich, sie hat sich erholt, aber das ist ihr, das ist ein zackes Luder, sage ich dir, ein zackes Luder, die früßt 350 Gramm Lebergas, früßt dazu, ich weiß nicht, 10 Essigurken, es ist ja Wahnsinn, was die Frau, und danach habe ich in der Kirche gestartet, aber jetzt pass auf, das ist interessant, ich muss dir erzählen, die hat einen Bandwurm, ja, die haben einen Bandwurm gefunden, aber jetzt frage ich mich, wo war der Bandwurm, wenn kein Mann, kein Darm mehr, der muss ja irgendwo gewohnt haben, der muss ja irgendwo gewohnt haben, da lagst du nicht kaputt, aber das gibt's. sondern das ist ein Zackes